Ich finde, Louis van Gaal macht das fantastisch. Also der reagiert mal ein bisschen drauf, aber trotzdem hat seine Mannschaft doch jetzt eine sportliche Entwicklung, wo du denkst, um Gottes Willen, die ja wunderbar ist, also in Bremen auch unter den Voraussetzungen ein Spiel so zu drehen, also das nötigt mir doch allergrößten Respekt, aber dann streiten sich sogar noch zwei hinterher, was es ja eigentlich nicht geben durfte nach den Theorien im deutschen Fußball.